Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy & Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich sehr, dass du da bist und wir hier Zeit miteinander verbringen können. Ich bin wieder zurück in Berlin und versuche mich gerade ein bisschen zu akklimatisieren. Hier an Berlin, nach sechs Monaten Maui, ist das gerade eine kleine Herausforderung für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin dankbar, wieder hier zu sein und bin auf jeden Fall am Start und freue mich sehr, jetzt diese neue Folge mit dir zu teilen, zu einem Thema, was ich persönlich liebe und ein Thema, was mein Leben so komplett verändert hat, als ich das wirklich verstanden habe, im Kern verstanden habe und ich hoffe so sehr, dass diese Folge, die heute auch nochmal so ein richtiger Eye-Opener für dich ist, dass du wirklich denkst, ah, okay, jetzt verstehe ich das und mit diesen Dingen, die ich heute hier mit dir teile, wirklich noch leichter durch dein Leben gehen kannst, mit noch mehr Power durch dein Leben kannst, mit noch mehr Klarheit durch dein Leben gehen kannst. Und ja, in dieser Folge geht es ganz konkret um die drei häufigsten Manifestationsblockaden, die wir alle auf die eine oder andere Art und Weise haben und wie du sie auflösen kannst. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Und bevor es jetzt losgeht, ein Herzens-Reminder, eine Herzenserinnerung an dich, ganz, ganz wichtig. Du kannst dich bis Ende dieser Woche, bis zum 18., was haben wir denn, Juli, bis zum 18. Juli, oder ich weiß gar nicht, ist der 17. oder der 18.? Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Also entweder der 17. oder der 18. kannst du dich noch zum Early-Bird-Preis für meinen neuen, wundervollen Online-Kurs Löwenherz anmelden. Und im Löwenherz lernst du, auf einer ganz tiefen Ebene zu vergeben. Und zwar arbeite ich dort mit einem uralten hawaiianischen Ritual Ho'oponopono, was du vielleicht schon mal von mir gehört hast. Und ich habe dieses Ritual angepasst und neu interpretiert. Und in Löwenherz lernst du, mit diesem Ritual zu arbeiten, mit Ho'oponopono zu arbeiten. Und du lernst in diesen sieben Modulen dir selbst zu vergeben, deiner Mutter zu vergeben, deinem Vater zu vergeben, deinem Partner, Partnerin, Ex-Partner, Ex-Partnerin zu vergeben, Freunden oder Menschen, die dir nahestehen, zu vergeben, Fremden zu vergeben. Denn manchmal begegnen uns ja auch Menschen, die irgendwas tun, die wir gar nicht so gut kennen, die aber etwas in uns verletzen. Und du lernst, dem Leben zu vergeben. Und dieser Kurs ist ein absolutes Herzensprojekt von mir, das ich auf Maui aufgenommen habe und wo ganz viel Hawaii-Energy drin ist. Und ja, ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Ich bin so dankbar für diese Tausenden von Menschen, die sich schon für den Kurs angemeldet haben. Und ich bin mir sicher, das wird eine Welle der Liebe in Deutschland auswirken. Und ich bin einfach der festen Überzeugung, dass einer der wichtigsten Dinge, die wir dazu beitragen können, um die Welt zu erschaffen, in der wir alle leben wollen, eine Welt in Frieden, in Fülle, in Freude, das fängt bei jedem zu Hause in dem eigenen Herzen an. Und dafür ist Löwenherz da, um in dir genau diesen Frieden zu erschaffen, um in dir, in deine Schöpferkraft zu kommen. Und ja, du kannst dich jetzt noch für den Early-Bird-Preis anmelden. Das bedeutet, dass der Kurs nur 79 Euro kostet, anstatt 99 Euro. Ich weiß, es ist unfassbar günstig. Und es ist deswegen auch so günstig, weil ich mir einfach wünsche, dass den Kurs einfach jeder machen kann, der ihn gerne machen möchte. Und ich freue mich, wenn du dabei bist und wir gemeinsam eine Bewegung des inneren Friedens, der Liebe, der Schöpferkraft, der Power in Deutschland auslösen. Und den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und ich dich bei Löwenherz begrüßen kann. Und jetzt, Freunde der Sonne, geht es aber los mit einer fantastischen neuen Podcast-Folge, die drei häufigsten Manifestationsblockaden und wie du sie auflösen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wir über das Manifestieren sprechen können. Denn wie schon gerade im Intro gesagt ist, Manifestieren wirklich diese eine Sache, wenn du die im Kern verstanden hast und anfängst zu leben, dann wird das Leben einfach sehr, sehr viel einfacher. Und nicht nur das, es fängt plötzlich an, noch viel, viel mehr Spaß zu machen, weil man eben viel mehr in die eigene Schöpferkraft kommt. Und weil es nicht mehr so ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist im Leben irgendwie machtlos ausgeliefert, sondern im Gegenteil, dass du anfängst zu verstehen, ah, warte mal, ich habe ja doch einen ziemlich großen Einfluss darauf, wie es mir geht, was ich in meinem Leben erschaffen möchte. Und selbst wenn Dinge passieren, die ich eigentlich nicht möchte, wie kann ich damit umgehen und wie kann ich sie transformieren und wie kann ich daraus etwas für mich mitnehmen, was ich dann später in meinem Leben nutzen kann. Und ich möchte gerne mit dir über drei der häufigsten Manifestationsblockaden sprechen. die wir alle irgendwie auf die ein oder andere Art und Weise haben, beziehungsweise ich kann auch nur von mir sprechen, die ich auf jeden Fall alle hatte und zum Teil auch immer mal wieder habe. Und wo ich aber gemerkt habe, wenn ich mit denen arbeite und wenn ich die auflöse, dass ich dann wieder in einen Fluss komme und dass Dinge dann leicht werden und wieder Freude machen. Und ja, dass es einfach so viel schöner ist, wenn man in Einklang ist mit sich selbst, mit der eigenen Energie und auch mit der ganzen universellen Energie und man wirklich einfach in diese positive Ko-Kreation gehen kann mit allem, was ist. Und hier kurz Klammer auf, was ist Manifestation eigentlich? Manifestation oder Manifestieren bedeutet eigentlich einfach nur, dass du in der Lage bist, bestimmte Dinge in deinem Leben zu realisieren, zu verwirklichen. Dass du über deine Gedanken, über deine Gefühle, über deine innere Ausrichtung, über deine innere absichtsvolle Ausrichtung, deines Fokus, deiner Energie, deiner Entscheidungen, deiner Handlungen, Dinge in deinem Leben verwirklichst, manifestierst. Dass du etwas aus der feinstofflichen Ebene, das heißt aus der gedanklichen Ebene, aus der Gefühlsebene in eine grobstoffliche Energie bringst, das heißt in etwas, was du anfassen kannst, in etwas, was im Außen plötzlich da ist. Und wenn du gerne auch mehr über Manifestieren lernen möchtest, was genau Manifestieren ist und da auch noch tiefer einsteigen möchtest, dann haben wir in diesem Monat im Higher Self Home, in meinem monatlichen Mitgliederbereich, genau dieses Thema als Fokus-Thema. Deswegen war ich auch so inspiriert, diese Folge zu machen, weil ich mich gerade damit auch nochmal so viel beschäftigt habe und ich einfach dachte, okay, das müssen noch mehr Menschen wissen, wie das Ganze geht. Und ich will das einfach noch mehr irgendwie rausbringen und deswegen mache ich jetzt diese Podcast-Folge. Und der Rahmen hier ist aber logischerweise begrenzt. Und wenn du da tiefer einsteigen möchtest und auch Meditationen nochmal dazu haben möchtest, die dir helfen, noch mehr in deine Manifestationsenergie zu kommen, dann empfehle ich dir echt diesen Monat im Higher Self Home auch vorbeizuschauen und da bei der Live-Session dabei zu sein, beziehungsweise dir die Aufzeichnung anzuschauen und dir das Workbook runterzuladen, die Meditation zu machen. Und den Link dazu findest du auf jeden Fall in den Shownotes. Aber jetzt hör dir auf jeden Fall bitte erstmal diese Folge an, weil das einfach, glaube ich, sehr, sehr wertvoll ist, was ich hier mit dir teile. Oder ich hoffe, es ist wertvoll für dich auf jeden Fall. Und zwar möchte ich gerne über diese drei Manifestationsblockaden sprechen im Hinblick auch auf unsere Energiezentren, die wir in unserem Körper haben. Die sogenannten Chakren, hast du bestimmt auch schon mal von gehört. Wir haben in unserem Körper unterschiedliche Energiezentren, denn auch du bist Energie, auch wenn du dir das manchmal vielleicht nicht so gut vorstellen kannst, weil du einfach nur deinen Körper siehst und denkst, okay, ich habe meinen Körper und offensichtlich bin ich auch Masse quasi und nicht nur Energie. Die Wahrheit ist aber, dass wenn man wirklich deine Zelle bis ins Kleinste unter einem Mikroskop anschauen würde, würde man feststellen, dass diese Masse aus 0,00001% Masse tatsächlich besteht und der Rest ist leere, ist leerer Raum, in dem Energie ist. Und dass du im kleinsten Teilchen Quanten bist, was eine Form von Energie ist, die alles sind, was es gibt in diesem Universum. Und wir haben in unserem Körper, wir haben ein Energiefeld um uns herum, wir haben aber auch in uns Energiezentren. Das kannst du dir vorstellen wie so Energieräder oder Energiekreise, die in dir sind. Und zwar gibt es sieben Hauptenergiezentren, die sieben Chakren. Und da gibt es einmal dein Wurzelchakra, das sitzt an deinem Steißbein. Dann hast du dein Sakralchakra, das sitzt so zwei Finger breit unter deinem Bauchnabel im Bereich deiner Sexualorgane. Dann hast du dein Solaplexuschakra, das sitzt beim Solaplexus. Dein Herzchakra, das sitzt bei deinem Herz. Dein Halschakra in deinem Hals. Dein Stirnchakra in deiner Stirn. Sozusagen dein drittes Auge. Und das siebte Chakra ist dein Kronenchakra, was sozusagen außerhalb von deinem Körper, überhalb von deiner Kopfspitze ist, dein Kronenchakra. Und diese sieben Chakren haben jeweils auch einen bestimmten Effekt auf deinen Körper. Und häufig ist es so, dass diese Chakren blockiert sind. Einfach dadurch, dass wir bestimmte Erfahrungen in unserem Leben machen. Dadurch, dass wir nicht bewusst und aktiv mit diesen Chakren arbeiten. Dadurch, dass wir keine innere Heilungsmeditation auch mit uns selber machen. Dass die Energie wieder fließen kann. Dadurch, dass wir keine Aufmerksamkeit in diese Chakren senden. Dadurch, dass wir sie zum Beispiel auch nicht segnen mit Liebe oder Dankbarkeit. Das hört sich jetzt alles ein bisschen eh so an. Ich weiß, aber es ist einfach so. Und es macht wirklich einen so großen Unterschied, wie viel Energie dir auch zur Verfügung steht, wenn du anfängst, mit deinen Chakren zu arbeiten. Und es gibt unfassbar viel Literatur über Chakren. Und es ist sehr, sehr wertvoll, sich da auch mal reinzufuchsen und reinzudenken. Ich glaube, ich habe sogar mal eine Folge zu den Chakren gemacht. Wenn nicht, mache ich das auf jeden Fall nochmal. Du findest bei mir aber sonst auch auf Instagram eine Meditation, die ich vor, ich glaube, einem Monat habe ich die in einem Livestream gemacht auf Instagram. Und es steht aber auch in meinem IG-TV. Das kannst du dir einfach anschauen. Oder auch im Higher Self Home sind die ersten sieben Monate im Higher Self Home jedes einzelne Chakra, was wir durchgegangen sind. Wenn du da wirklich richtig einen Deep Dive machen möchtest. Und ich möchte gerne die Grundlagen der Chakren heute nehmen, um mit dir über diese Manifestationsblockaden zu sprechen. Und zwar möchte ich über drei Chakren mit dir sprechen. Und zwar ist es einmal das Wurzelchakra, dein Herzchakra und dein Solaplexuschakra. Das sind die drei Chakren, über die ich heute hier mit dir sprechen möchte. Natürlich haben auch alle sieben Chakren einen enormen Effekt auf deine Manifestationspower und auf deine Manifestationskraft. Aber ich glaube, wenn ich jetzt auf alle sieben eingehen würde, dann wäre der Podcast wahrscheinlich vier Stunden lang. Deswegen konzentriere ich mich jetzt erstmal auf die drei, die meiner Meinung nach den Haupteffekt erstmal einnehmen können. Und wenn ihr gerne da noch mehr möchtet und wenn ihr die anderen vier Chakren auch haben möchtet, dann schreibt mir einfach gerne. Dann mache ich da nochmal später eine Podcast-Folge zu, als Teil zwei quasi zu dieser Podcast-Folge. Was ist die erste Manifestationsblockade, die viele, viele haben? Die erste Manifestationsblockade liegt häufig im Wurzelchakra. Das heißt, das ist das Chakra, was in deinem Bereich deines Steißbeins sitzt. Und dieses Chakra steht für unser Urvertrauen. Dieses Chakra steht für unsere Anbindung an die Erde, an das Geerdetsein, an das Vertrauen ins Leben, das Vertrauen in dich selbst. Und bei vielen Menschen ist dieses Wurzelchakra gestört. Dadurch, dass wir traumatische Erfahrungen gemacht haben in unserer Kindheit. Dadurch, dass wir Verletzungen haben, die wir nicht geheilt haben. Dadurch, dass wir uns bis jetzt nicht erlaubt haben, vollkommen in unser Selbstbewusstsein zu kommen. Oder das wirklich zu leben. Und wenn unser Wurzelchakra blockiert ist, das heißt, wenn die Energie da nicht frei fließen kann, dann hat das einen enormen Effekt auf unsere Fähigkeit, auch Dinge in unserem Leben manifestieren zu können. Denn in unserem Wurzelchakra sitzen häufig auch unsere tiefsten Überzeugungen. Unsere tiefsten Überzeugungen über uns selbst, über wer wir sind, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Und wenn wir über das Manifestieren sprechen, dann müssen wir automatisch auch über das Universum sprechen. Denn Manifestieren bedeutet immer, dass du Innen, Einklang oder das Innen mit dem Außen verbindest. Also, dass du in deiner inneren Welt etwas erschaffst, ein Bild, ein Gedanken. Also auf der geistigen Ebene. Und das ist das erste geistige Gesetz, das besagt, das All ist Geist. Das heißt, alles beginnt im Geist. Alles beginnt auf der geistigen Ebene. Und bei dem Wurzelchakra ist es jetzt so, dass du über Überzeugungen, schwieriger Satz, dass du über die Überzeugungen, die du in dir trägst, bestimmte Informationen auch nach draußen sendest. Also ganz konkret, ich breche das nochmal runter. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen komplex. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Ich versuche das gerade irgendwie so Freestyle-mäßig alles in meinem Kopf zusammenzusetzen. Aber es gibt darüber hinaus das Gesetz der Anziehung und der Gesetz der Schwingung im Universum. Also es gibt auch hier sieben universelle Gesetze. Dazu habe ich auf jeden Fall, glaube ich, schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Auch dazu gibt es den ganzen Monat im Higher Self Home, fällt mir gerade auf. Also auch wenn du da tiefer einsteigen möchtest, auch das gibt es im Higher Self Home. Aber die beiden anderen Gesetze, die es gibt im Einklang mit dem Universum, sind das Gesetz der Anziehung und das Gesetz der Schwingung. Und diese beiden Gesetze besagen eben auch, dass sich immer nur Dinge gegenseitig anziehen können, die die gleiche Frequenz haben, die die gleiche Schwingung haben. Bedeutet jetzt, wenn du eine Überzeugung hast in dir, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug oder ich habe das nicht verdient. Also wenn wirklich deine Wurzelüberzeugung, das, wo du tief, tief in dir überzeugt bist, dann matcht das im Außen eine bestimmte Schwingung. Dieser Gedanke hat eine bestimmte Schwingung, eine relativ tief schwingende Schwingung, weil es eben nicht ein Gedanke ist, der auf Liebe basiert, sondern ein Gedanke, der auf Angst basiert. Und vielleicht hast du mein erstes Buch gelesen, Mögest du glücklich sein. Da ist auch die, Entschuldigung, ich merke gerade, ich habe einen riesen Sprachfehler noch. Ich komme gerade überhaupt nicht klar, richtig zu reden. Tut mir leid, aber ich versuche mich jetzt vernünftig zu artikulieren. Also in meinem ersten Buch, Mögest du glücklich sein, gibt es die Skala des Bewusstseins von David R. Hawkins, wo er bestimmte Gefühlsemotionen auch eingeordnet hat in bestimmte Bewusstseinszustände, die wiederum eine bestimmte Schwingung haben. Und da ist es so, dass Angst eine relativ geringe Schwingung hat, während zum Beispiel Liebe oder Freude eine sehr hohe positive Schwingung hat. So, wenn es jetzt so ist, dass du tief in dir eine Überzeugung hast, eine wirklich Wurzelüberzeugung, wie ich bin nicht gut genug, oder ich habe das nicht verdient oder ich darf nicht erfolgreicher sein als meine Mutter oder mein Vater oder mein Bruder oder meine Schwester oder all diese Dinge, dann kann es sein, dass du auf einer rationalen Ebene gerne manifestieren möchtest, dass du in dieser Traumbeziehung bist oder dass du deinen Traumjob hast oder dass du in diesem Traumhaus lebst oder was auch immer. Aber du wirst immer die Wahrheit der Schwingung in dir Menschen, Menschen, die wirklich, das ist, worin du im Kern glaubst. Und das sind die Wurzeln. Und deswegen ist das Wurzelchakra einfach so extrem wichtig. Du kannst dir das auch so vorstellen, als wärst du ein Baum. Und du kannst dir dein Wurzelchakra so vorstellen, wie die Wurzeln, mit der du mit der Erde verankert bist. Und wenn diese Wurzeln aber krank sind, wenn diese Wurzeln nicht stabil sind, wenn die nicht tief in die Erde hineinreichen, wenn das nicht richtig gesunde Wurzeln sind, starke, gesunde Wurzeln, dann ist es extrem schwierig, für diesen Baum richtig aufzublühen, richtig gesunde Früchte zu tragen. Weil ein Baum ist immer nur so gesund, wie seine Wurzeln gesund sind. Und deswegen ist das Erste, wenn es darum geht, wenn wir über das Manifestieren sprechen, geht es darum, dass du dir erlaubst, hinzuschauen, was sind eigentlich meine wirklichen Überzeugungen, die ich über mich habe. Und das war auch, warum zum Beispiel in dem Buch The Secret, warum das für so viele nicht funktioniert, weil viele The Secret so verstehen, du musst nur den ganzen Tag daran denken und dann hast du deinen Porsche oder dann hast du irgendwie dein Traumhaus. Nee, weil nur weil du den ganzen Tag daran denkst, heißt das nicht, dass das das ist, wovon du wirklich tief in deinem Inneren überzeugt bist. Und das, was in deinem Leben entsteht, ist das, wovon du wirklich tief in deinem Inneren überzeugt bist, das, was deine Wurzeln sind. Wie findet man jetzt die Wurzeln heraus? Die Wurzeln findest du heraus, indem du als Beispiel ein Ergebnis in deinem Leben anschaust. Also du nimmst deinen Kontostand oder du nimmst deine Beziehung oder deine Gesundheit und machst da mal so einen Status Quo Check. Also wir nehmen jetzt mal einfach deinen Kontostand, du machst da einen Status Quo Check. Lass uns sagen, du hast jetzt gerade auf deinem Konto 3.500 Euro und das ist aber für dich nicht das, was du gerne auf deinem Konto haben möchtest. Du möchtest eigentlich gerne viel mehr Geld haben. Du hast aber nicht viel mehr Geld auf deinem Konto. Okay, warum? Und jetzt geht's los. Um die Wurzel zu finden, fragst du jetzt einfach, warum? Warum habe ich 3.000 Euro auf meinem Konto? Ich habe 3.000 Euro auf meinem Konto, weil ich einen Job angenommen habe, in dem ich monatlich nur 1.500 Euro verdiene und deswegen komme ich halt nie irgendwie auf eine Summe von über irgendwie 10.000 Euro, weil ich nicht dazu komme zu sparen, weil ich irgendwie mehr Ausgaben habe, als ich Einnahmen habe. Okay, warum habe ich eigentlich mehr Ausgaben als Einnahmen? Weil ich nie gelernt habe, irgendwie vernünftig mit Geld umzugehen und weil mir nie jemand beigebracht hat, richtig mit Geld zu arbeiten. Okay, warum hat dir nie jemand beigebracht, richtig mit Geld zu arbeiten? Weil mein Vater oder weil meine Mutter selber immer Schulden hatte und wir uns immer wegen Geld gestritten haben und Geld bei uns zu Hause irgendwie ein ganz schwieriges Thema war. Warum war Geld bei dir zu Hause ein richtig schwieriges Thema? Weil mein Vater in einer Familie aufgewachsen war, wo sich schon deren Eltern immer wegen Geld gestritten haben und nie genug bar, 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 bar. So, und jetzt geht's immer weiter und jetzt plötzlich findest du heraus, ist ja spannend, ich habe heute kein Geld oder wenig Geld, weil ich den Weg meiner Eltern weitergegangen bin. Ich habe sozusagen die Wurzeln meiner Eltern weitergelebt, was auch ganz normal ist und wirklich auch verständlich ist. Die Frage ist nur, wann in deinem Leben kommst du an den Punkt, wo du dich dafür entscheidest, nur die gesunden Wurzeln deiner Eltern weiterzuleben und nicht auch die ungesunden? Und deswegen liebe ich, ehrlich gesagt, dieses Thema Manifestieren auch so sehr, weil für mich ist Manifestieren in erster Linie ein Heilungsprozess. Denn was Manifestieren macht, Manifestieren hilft dir dabei, zu erkennen, wo du innerlich unvollständig bist oder denkst, unvollständig zu sein. Manifestieren hilft dir immer wieder dahin zu gucken, wo du Überzeugungen hast, wo deine Wurzeln nicht heile sind, wo du eher im Mangel bist, anstatt in Fülle bist. Denn Manifestieren funktioniert nur, wenn du in Fülle bist. Wenn du in Fülle bist, dann bist du in Einklang mit der Energie, die du gerne erschaffen möchtest und dann kannst du mit Leichtigkeit manifestieren, die schönsten und verrücktesten Dinge manifestieren. Aber dafür muss man eben diese innere Arbeit machen, diese innere Heilungsarbeit. Und deswegen geht es mir beim Manifestieren auch überhaupt gar nicht so sehr darum, dass man ein bestimmtes Ergebnis im Außen hat, sondern ich finde es viel geiler, dieses Ergebnis bei mir im Innen zu haben, von meiner inneren Heilung, von meiner inneren Vollständigkeit, von dem Gefühl, Dinge loszulassen, die nicht mehr für mich funktionieren und die eben auch nicht zu mir gehören. Und das ist das Schöne beim Manifestieren. Das ist das Schöne, wenn du dir abstrus große Ziele setzt in deinem Leben, weil sie dich auffordern werden, deine innere Welt an dein Ziel anzupassen, an das, was du erschaffen möchtest. Sie werden dich auffordern, hinzugucken, wo du glaubst, es nicht verdient zu haben, wo du glaubst, dass du dafür nicht gut genug bist. All diese Dinge, da werden dich deine Ziele, deine Wünsche hin auffordern, das zu heilen. Und wie kann man das jetzt heilen? Wie kann man das konkret auflösen? Wie kann man diese erste Manifestationsblockade im Wurzelchakra, wo eben diese Überzeugungen sind, wie ich habe das nicht verdient, ich bin nicht gut genug, ich vertraue dem Leben nicht, ich vertraue mir nicht, ich vertraue Menschen nicht. Wie kann man das auflösen? Wie kann man das heilen? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Das erste ist immer das Bewusstsein dafür zu entwickeln, ah, warte mal, das hat was mit mir zu tun. Ich habe hier die Möglichkeit, etwas in mir zu verändern und wenn ich das in mir verändere, in meiner inneren Welt, verändere ich meine äußere Welt. Okay, das ist der erste Schritt, also dieses Bewusstsein zu schaffen für die Möglichkeit, dass es auch anders geht. Es gibt eine andere Möglichkeit. Und diesen Satz, so bin ich halt, den wirklich einmal komplett aus deinem Leben raus zu radieren, weil du bist halt nicht so, sondern du bist so, wie du irgendwann entschieden hast zu sein, weil du es nicht besser wusstest in dem Moment und weil du es übernommen hast von irgendjemandem, der es auch nicht besser wusste. Und das ist vollkommen okay, ich habe so viel Quatsch übernommen von Generationen aus meiner Familienlinie, die aber einfach nicht für mich funktionieren. Aber da musste ich dann auch erst mal hingucken und das auch anerkennen, dass einfach in meiner Familie auch Dinge sind, Überzeugungen waren, die einfach nicht funktionieren. Überzeugungen, die Frauen in meiner Familie über Männer hatten, Überzeugungen, die alle irgendwie über Geld hatten, Überzeugungen, die darüber da waren, wie viel Erfolg man in seinem Leben haben darf, wie gesund man sein darf, wie viel Liebe in dem Leben sein darf. Das sind alles so Dinge, die wir ja übernehmen. Das sind Wurzeln, die über Generationen hinweg sich, ja, so durch den, du kennst ja bestimmt diese Familienbäume, das fällt mir gerade auf. Du kannst so einen Familienbaum auch sehen, also heißt das Familienbaum? Du weißt, was ich meine, gell? So ein Baum, wo man dann sieht, so ein Stammbaum, ein Stammbaum heißt das. Und das ist spannend gerade. Du kannst so einen Stammbaum auch sehen, wie das Energetische, was in deiner Familie alle miteinander verbindet. Und du hast deine eigenen Wurzeln, aber deine Wurzeln sind immer auch ein Teil der Wurzeln von deinem Familienstammbaum. Und das ist auch extrem wichtig, da hinzuschauen und zu gucken, okay, was habe ich eigentlich übernommen und von wem? Und im Higher Self Home haben wir zum Beispiel in diesem Monat dann auch in der Live Session eine wunderschöne Meditation gemacht, wo es darum ging, einmal zurückzugehen in die Kindheit der eigenen Eltern und zu sehen, was haben meine Eltern eigentlich übernommen von Überzeugungen, die ich dann wiederum übernommen habe und es in der Energie der Eltern zu transformieren und zu heilen, was dann automatisch auch einen Effekt auf dein Leben hat. Also das kannst du machen. Schritt 1, wirklich hinzuschauen, was habe ich übernommen? Ja, was ist irgendwo in meinen Wurzeln von Überzeugungen, die ich übernommen habe? Und das war das, was ich gerade meinte. Du guckst dir ein Ergebnis in deinem Leben an, dein Kontostand, deine Beziehung, und fragst dich dann, warum, 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 bis du irgendwann das Gefühl hast, du bist jetzt bei der Wurzel, warum das so ist in deinem Leben. Und dann fängst du an, diese Wurzel zu heilen. Das kannst du machen, indem du dieser Erfahrung, dieser Wurzelerfahrung, ob es zum Beispiel eine Erfahrung war, wo du als kleines Kind jemand zu dir gesagt hast, wie, du kannst doch eh kein Mathe, oder du kannst doch eh nicht mit Geld umgehen, oder du bist nicht schön genug, oder nicht klug genug, wo irgendjemand vielleicht mal was zu dir gesagt hat, wo du angefangen hast, das zu glauben. Das heißt, du gehst in diesem Moment mit deinem Bewusstsein und schickst Liebe zu diesem inneren Kind in dir, zu diesem Anteil in dir, der das damals angefangen hat zu glauben. Jede Überzeugung lässt sich heilen durch Liebe. Das ist das Schöne. Das ist das Wunderschöne, dass du in dem Moment, wenn du Bewusstsein dafür schaffst und da einfach Liebe hinschickst, kann das heilen, darf das heilen. Und dann fängst du an, dass du dir vorstellst, okay, welchen Gedanken, welche Überzeugung müsste ich in diesem Moment pflanzen, damit ich heute gesunde Wurzeln hätte. Das kann dann sowas sein wie, ich bin genau richtig, wie ich bin, ich bin geliebt, ich habe es verdient, reich, erfüllt, gesund, geliebt, was auch immer zu sein. Ich bin immer geliebt, ich bin geborgen, ich bin beschützt. Was ist der Gedanke, was ist die neue Überzeugung, diesen Samen, den du hier pflanzen kannst, in deinem Wurzelchakra quasi, damit hier etwas Neues in dir wachsen kann. Und wenn es so ist, ist, dass du das Gefühl hast, in dem Bereich deines Wurzelchakras ist eine Blockade, dann kannst du auch einfach in deiner Morgenmeditation zum Beispiel, leg deine Hand auf, wirklich auf den, du kannst auch versuchen, sozusagen deine Hand, eine Hand vorne und eine Hand hinten, quasi auf deinen Unterleib zu legen und hinten auf den Punkt von deinem Steißbein. Und dann stellst du dir einfach vor, wie da Liebe hinfließt, wie da Licht hinfließt, wie da Heilung hinfließen darf, wie du ganz viel loslassen darfst und wie du wirklich bewusst, Aufmerksamkeit auch in diesen Bereich deines Körpers bringst und einfach über dein Bewusstsein eine neue Energie dort erschaffst. Okay? Das ist quasi die erste Manifestationsblockade, die es geben kann in dem Bereich von deinem Wurzelchakra. Und wenn du anfängst, dich hier wieder mehr zu erden, wenn du anfängst, hier wieder mehr ins Vertrauen zu gehen, in dein Selbstvertrauen, in das Vertrauen dem Leben gegenüber, dann wirst du auch merken, dass es dir viel leichter fällt, Dinge zu manifestieren. Warum? Weil du einfach weißt, du hast es verdient, weil du weißt, du darfst alles, was du willst, weil du einfach weißt, du bist geliebt und du bist hier, um dich zu entfalten und all is good in the hood. Du hast keinen Widerstand mehr gegen das Leben oder gegen dich oder gegen das, was an Fülle in dein Leben fließen darf. Also, das war die erste Manifestationsblockade. Okay? Dann kommen wir zur zweiten Manifestationsblockade. Die zweite Manifestationsblockade ist oder kann eine sein im Bereich von deinem Solaplexus. Dein Solaplexus oder auch dein Sonnengeflecht genannt, ist das Chakra, ist dein Energiezentrum, was für deine Fähigkeit steht, kraftvolle Entscheidungen zu treffen, kraftvoll in dein eigenes Leben zu gehen, zu handeln, ins Handeln zu kommen, deine eigene Schöpferkraft anzuerkennen und zu leben. Das bedeutet, aus einer Opferrolle in eine Schöpferrolle zu gehen. Aus der Rolle von ich kann eh nichts verändern und ich bin schwach und ich bin klein hin in die Rolle von ich bin powerful, ich bin mächtig und ich kann mein Leben genauso erschaffen, wie ich es möchte. Das ist dein Solaplexus-Chakra. Und dein Solaplexus-Chakra ist häufig dann blockiert, wenn eben, wie gesagt, du dich in eine Art Opferrolle begeben hast. In eine Opferrolle begeben wir uns häufig dann, wenn wir Vorwürfe gegen jemand anderen haben. Also daran erkennen wir schnell, dass wir in einer Opferrolle sind, wenn wir sagen, sie oder er ist an irgendwas schuld, was heute in meinem Leben ist. Okay, meine Eltern sind schuld, dass ich irgendwie heute in keiner gesunden Beziehung sind. Meine Mutter ist schuld, dass ich irgendwie mich als Frau ablehne oder mein Vater ist schuld, dass ich mir immer schwache Männer aussuche, weil er irgendwie nie da gewesen ist und ich kein männliches Vorbild hatte. Keine Ahnung. Die Banken sind schuld, dass ich irgendwie nicht genug Geld habe. Mein Chef ist schuld, dass ich irgendwie meinen Job verloren habe und so weiter und so fort. Wir alle haben ja bestimmt schon mal den einen oder anderen Vorwurf ausgesprochen. Ich ganz vorneweg, ich kann dir das gerade auch alles nur erzählen, weil I've been there, I've done that. So, ich war da, ich habe das gemacht. Ich mache das auch immer noch. Ich habe auch heute immer noch mal einen Vorwurf. Ist auch vollkommen normal. Es geht aber darum, schnell da wieder rauszukommen. Und die Sache ist die, wenn wir gegen jemanden einen Vorwurf haben, dann ist deine Aufmerksamkeit wo? Genau, bei dem anderen. Und nicht bei dir. Wenn du gegen jemanden anderen einen Vorwurf hast, dann ist es so, dass du deine Power dem anderen gibst. Denn du sagst ja, ich kann nicht das machen, was ich will. Ich kann nicht das leben, was ich will. Wegen dem anderen. Das heißt, wer hat in dem Moment die Kontrolle über dein Leben? Der andere oder die andere. Und häufig ist es dann sogar noch so, dass der oder dem oder die andere, der ist das vollkommen egal, vollkommen Latte, die ist vielleicht schon oder der schon längst über alle Berge und denkt vielleicht gar nicht mehr mehr an dich im positiven Sinne, sondern er hat sein Leben einfach weitergelebt. Oder wenn es deine Eltern sind, die haben das mit Sicherheit nicht böswillig gemacht, sondern wussten es selber nicht besser, weil sie selber verletzte Kinder waren, die dann wiederum nie geheilt sind und dann ihren Schmerz weitergegeben haben. Und jetzt ist aber die Frage, bist du bereit, diesen Kreislauf aufzulösen? Bist du bereit, zu sagen, Stopp, 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 Stopp. Pause hier. Ich werde das nicht weitermachen. Ich werde hier und jetzt entscheiden, in diesem Moment, dass ich aus dieser Opferrolle aussteige und meine eigene Schöpferkraft wieder annehme, meine eigene Macht wieder annehme, mein Leben erschaffen zu können. Und solange wir eben nicht vergeben, ist in deinem Solarplexus-Chakra eine Blockade insofern, als dass du, als das wie, wie soll ich sagen, als dass du wie so eine Art Staudamm hast, oder nee, Staudamm ist eigentlich gar nicht das richtige Wort, sondern du hast wie so eine Art Leck in deinem Boot, in dem du durch dein Leben schipperst, wo deine Energie rausfließt. Und zwar nicht in die Richtung, wo du sie gerne hinlenken möchtest, sondern die fließt einfach weg an jemand anderen, den das vielleicht gar nicht interessiert. Und jetzt kommt's. Du brauchst deine Energie, um dein Leben erschaffen zu können. Du brauchst deine Energie, um etwas manifestieren zu können. Zu manifestieren ist ein energetischer Austausch. Zu manifestieren bedeutet, dass du, wie gesagt, eine Information, eine gedankliche Information, das, was du willst, der Gedanke, was du willst, plus eine Emotion, plus ein Gefühl, die emotionale Ladung, die emotionale Information an das Universum rausschickst. Das ist Energie, die du nach draußen bringst. Und das Universum wandelt diese Energie jetzt um. Das ist quasi ein, als wärst du ein Alchemist, der bestimmte Formen umwandeln kann, von einer feinstofflichen Ebene in eine grobstoffliche Ebene. Und das ist ein Austausch mit dem Universum die ganze Zeit. Bedeutet, die wichtigste Währung in deinem Leben ist nicht Geld, die wichtigste Währung in deinem Leben ist deine Energie. Denn mit deiner Energie bezahlst du das, was du gerne erschaffen möchtest. Deine Energie ist das, was du die ganze Zeit in die universelle Bank einzahlst. Und die Bank guckt dann, okay, Laura hat ihr Bankkonto, ich möchte gerne mein Traumhaus am Strand haben oder was auch immer eröffnet. Und Laura zahlt da die ganze Zeit positive Energie rein, indem sie voller Dankbarkeit ist, indem sie voller Freude ist, indem sie voller Vertrauen ist. Und dann steigt dieses Konto bis dieses Konto die Energie gematcht hat von einem Traumhaus am Strand. Und dann kann das Universum quasi nichts anderes mehr machen, als dieses Strandhaus in mein Leben zu bringen, weil es das ist auf der Frequenz, auf der ich gewesen bin. Aber da gehe ich gleich im dritten Punkt nochmal ein. Hier in dem Punkt geht es jetzt gerade darum, dass deine Energie deine wertvollste Währung ist. Und wenn du aber im Vorwurf gegen jemand anderem bist, ebenso im Vorwurf gegen dich selbst, weil das ist quasi, als würdest du Geld verbrennen. So kann man das, glaube ich. Das ist ein geiles Bild. Einen Vorwurf zu haben, ist so, als würdest du Geld verbrennen. Das ist ein gutes Bild. Das ist so, als würdest du einen 100-Euro-Schein nehmen und den verbrennen. Und dieser 100-Euro-Schein ist deine 100-Euro-Energiewährung. Deine Energiewährung im Sinne von, mit der du etwas erschaffst. Und in dem Moment, wenn du vergibst, in dem Moment, wenn du aufhörst, Widerstand zu leisten an eine Erfahrung in deinem Leben, kommst du wieder in deine Schöpferkraft. In dem Moment öffnet sich dein Solaplexus-Chakra, dein Sonnengeflecht und du kannst in die Welt rausstrahlen. Du kannst glücklich sein, du kannst erfüllt sein, du kannst in deiner Power sein und es gibt nichts, was dich zurückhalten kann, weil du dich dafür entschieden hast, dass du deine Vergangenheit nicht gegen dich sein lässt, sondern für dich sein lässt. Und deswegen ist es auch so, dass zum Beispiel Löwenherz, der Online-Kurs, von dem ich dir ganz am Anfang erzählt habe, warum der für mich auch so wichtig ist und warum ich mir wünsche, dass den so viele Menschen machen, weil es genau darum geht, dass du dir erlaubst, wieder in dein Leben zu strahlen, dass du dir erlaubst, deine Power zurückzuholen, deine Schöpferkraft zurückzuholen und dass du diesen ewigen, elenden Kreislauf von Hurt People, Hurt People, also verletzte Menschen, verletzten Menschen durchbrichst, weil wenn du es nicht machst, wer macht es dann? Es ist unsere Verantwortung, an einem bestimmten Punkt in unserem Leben zu sagen, Stopp, ich mache das nicht weiter. Ich möchte ein erfülltes Leben haben. Ich möchte glücklich sein. Ich möchte Liebe in meinem Leben haben. Der Preis ist Vergebung. Das ist der Preis, den wir dafür bezahlen. Und das ist ein guter Preis. Das ist ein fairer Preis, weil das, was du dafür bekommst, ist in Wahrheit unbezahlbar. Und das ist eben genau die dritte und häufigste Blockade, die wir haben, wenn es um Manifestieren geht, ist in unserem Solarplexus Chakra, dadurch, dass wir unsere Manifestationspower an jemand anderem gegeben haben. Weil in dem Moment, wenn du einen Vorwurf hast, sagst du, ich bin ein armes, kleines Ding und ich kann nichts an meinem Leben ändern. Ich bin arm dran und das bleibt auch für immer so, weil der andere ist ja schuld. Und wenn du aber vergibst, sagst du, stopp, ich hole mir jetzt mal schön meine Power zurück. Ich hole mir jetzt mal schön die Verantwortung für mein Leben zurück. Warum? Weil ich mein Leben nach meinen eigenen Maßstäben, nach meinen eigenen Vorstellungen, nach meinen eigenen Wünschen erschaffen will. Und in dem Leben ist kein Platz für Vorwürfe. Keine Zeit für Vorwürfe. Sorry, macht ihr das mal. Ich bin raus aus dem Ding. Das ist das, worum es hier geht. Bedeutet, wie kannst du das auflösen? Vergebung. Indem du vergibst. Wie vergibst du? Indem du deine Augen schließt, in dein Herz gehst, die Absicht hast, die Intention hast zu vergeben. Sagst, tu mir leid, bitte vergib mir, ich liebe dich, danke. Das sind die vier Sätze von Ho'oponopono. Dass du dir erlaubst, gemeinsam mit deinem höchsten Selbst zu vergeben. Und Vergebung ist auch übrigens nichts, was einfach, man spricht es einmal und alles ist gut. Vergebung ist auch ein Prozess und Vergebung ist auch was. Ich vergebe jeden Tag. Ich habe, glaube ich, jeden Tag irgendwas, was ich vergeben kann. Manchmal sind es Gedanken, die ich selber habe, die ich mir vergebe. Manchmal sind es Sachen, die ich zu jemand anderem sage, wo ich einfach denke, wow, das war gerade wirklich richtig dumm von mir, dass ich das gesagt habe. Manchmal sind es Sachen, die jemand zu mir sagt, die ich dann jemand anderem vergeben muss, wo jemand einfach was macht, wo ich denke, wow, das war richtig fies, dass du das gerade gemacht hast. Das hört ja nie auf, weil wir alle in diesem Kreislauf drin sind, aber das Wichtige ist, damit anzufangen. Okay, so, das war das Zweite. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Last but not least, wie man so schön sagt. Und bei dem letzten Punkt geht es um dein Herzchakra. Dein Herzchakra ist in deinem Herzen. Und die Chakren haben übrigens auch alle eine Farbe. Also dein Wurzelchakra hat übrigens die Farbe Rot. Und auch wenn du da in die Heilung von deinem Wurzelchakra gehen kannst, hilft es dir vorzustellen, wie rotes, heilendes Licht in deinem Wurzelchakra fließt. Wenn du dein Solarplexus Chakra heilen möchtest, stellst du dir vor, wie da ganz wunderschönes sonnengelbes Licht in dein Solarplexus Chakra fließt. Wenn du dein Herz heilen möchtest, das ist so ein Smaragdgrünes Licht, stellst du dir vor, wie so ein ganz kraftvolles, grünes, heilendes Licht in dein Herzensraum fließt. Und die dritte und häufigste Blockade, die wir haben, ist in unserem Herzen im Sinne, dass wir unser Herz verschließen und es nicht schaffen, in diese Dankbarkeit zu gehen, in diese Freude zu gehen, in diese Liebe zu gehen und wie so eine Art Staudamm haben im Hinblick auf die Liebe, die wir uns selber erlauben zu fühlen und dass wir uns emotional im Mangel fühlen, dass wir uns emotional in der Bedürftigkeit fühlen, dass wir das Gefühl haben, wir haben nie genug Liebe, wir haben nie genug Freude, wir haben nie genug Dankbarkeit irgendwie in uns. Und hier ist es, was ich vorhin schon meinte, gemessen an dem universellen Gesetz der Schwingung und der Anziehung ist es so, Gleiches zieht immer Gleiches an. Wenn du in deinem Herzen eine Frequenz von, beziehungsweise man muss das Bild anders malen, es ist nicht so, dass dein Herz im Mangel ist, weil dein Herz ist die Quelle der Liebe, es ist eher so, dass du um dein Herzchakra wie so eine Art Mauer gebaut hast oder so eine Art Staudamm gebaut hast, wo du dachtest, dass es dich schützt, wenn du diese Mauer um dein Herz hast, die dich davon abhält, aber diese Liebe und diese Freude und diese Leichtigkeit und die Dankbarkeit in dein Leben fließen zu lassen. Gleiches zieht Gleiches an, bedeutet, wenn du um dein Herz diese Mauer hast, dann kann diese Liebe nicht aus deinem Herz fließen, dann kann diese Fülle nicht aus deinem Herzen fließen. Das heißt, du matcht die ganze Zeit eine Mauer. Du läufst in deinem Leben die ganze Zeit gegen eine Mauer. Warum? Weil das die Mauer ist, die du in deiner inneren Welt aufgebaut hast. Heißt konkret, in deinen Beziehungen kommst du nie in eine bestimmte Tiefe, weil immer diese Mauer da ist. Die Mauer ist aber in Wahrheit nicht bei dem anderen und die Mauer ist in Wahrheit auch nicht zwischen euch, sondern die Mauer ist um dein Herz. Heißt, was kannst du tun? Diese Mauer abreißen, diese Mauer wegmachen. Wie kannst du das machen? Das kannst du machen, auch hier, das ist ähnlich wie bei dem ersten Punkt mit deinem Wurzelchakra, dass du hinguckst, wann hast du angefangen diese Mauer aufzubauen? Wann in deinem Leben hast du für dich geschlussfolgert, dass es für dich sicherer ist, dass du glaubst, im Mangel zu sein, dass du sozusagen schon vorne weg davon ausgehst, dass das ja eh nicht das Beste in deinem Leben passieren kann, dass ja eh nicht dein Traummann oder deine Traumfrau in dein Leben kommen kann, dass du ja eh nicht die eine Million Euro irgendwie auf deinem Konto haben kannst, dass du ja eh nicht in dieser Fülle leben kannst in deinem Leben, vielleicht auch in dieser gesundheitlichen Fülle leben kannst in deinem Leben. Und wenn du für dich herausfindest, wann hast du das für dich geschlussfolgert? Was war das für ein Moment? Und häufig, wenn du einfach deine Augen schließt, deine Aufmerksamkeit in dein Herz bringst, dann ist es häufig so, dass da automatisch kommt etwas, da kommt eine Erinnerung oder da kommt ein Bild. Und dann auch hier, schick da Liebe hin, schick da dein Bewusstsein von heute hin, schick da dein höchstes Selbst hin, schick da Engel hin, die diese Erfahrung für dich heilen dürfen. Und mit jeder Erfahrung, die du dann heilst, kannst du dir vorstellen, wie du quasi ein Stein nach dem anderen von dieser Mauer um dein Herz abbaust. Weil da muss keine Mauer um dein Herz sein. Deine Mauer braucht kein Herz. Deine Mauer braucht einen Fluss, ein Meer, in das es die Liebe fließen lassen kann, die in deinem Herz darauf wartet, nach draußen zu fließen. Und das ist eines der schönsten Dinge, diese Mauer abzubauen. Und ja, ich habe da auch lange viel gebraucht, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass diese Mauer zum aller, allergrößten Teil wirklich nicht mehr da ist und dass aus meinem Herzen einfach so viel Liebe nach draußen fließen kann. Klar bin ich dadurch viel feinfühliger und klar kann man mich dadurch auch leichter verletzen. Aber es ist es mir wert, weil ich dadurch auf der anderen Seite viel, viel tiefere Erfahrung von Liebe machen kann, von Fülle machen kann und ich dadurch auch in einer ganz anderen Harmonie mit dem Universum bin, denn das Universum ist der Ursprung von dieser Energie der Liebe, der Fülle. Das Universum ist ein Ort der Fülle und solange du dir die Mauer um dein Herz aber hast, bist du immer in Widerstand gegen das Universum, weil du immer sagst, nee, 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 so stimmt das ja gar nicht. Nee, das ist anders in Wahrheit. Ist es aber nicht. Du bist die Quelle der Liebe. Das kann dir niemand nehmen. Dein Job ist es, diese Liebe nach draußen zu bringen und wenn du jetzt anfängst, die wieder zu erlauben, in diese hochschwingenden Emotionen, Gefühle zu kommen von Liebe, bedingungsloser Liebe, von tiefer Dankbarkeit, von Freude, von Vorfreude. Wenn du dir erlaubst, in diese Emotionen zu kommen, dann ist es so viel leichter, Dinge zu manifestieren und es geht so viel schneller. Warum? Weil du diesen Gedanken von dem, was du gerne möchtest, verknüpfst mit dieser Liebe, mit dem Vertrauen, dass es so oder noch besser eh schon da ist in deinem Leben und dann geht das so schnell, dass diese Dinge in dein Leben kommen können. Ja? Wie kannst du das konkret machen? Das kannst du konkret machen, indem du morgens in deiner Meditation in dein Herz gehst oder komm, wir machen es jetzt gerade zusammen. schließ mal deine Augen. Außer du fährst gerade Auto. Dann schließt du deine Augen logischerweise nicht. Ansonsten schließ mal deine Augen. Atme hier einmal tief ein, tief aus. Erlaube deinem gesamten Körper hier einmal zu entspannen, alles loszulassen, ganz präsent zu werden in dir, in deiner inneren Welt, in deinem inneren Universum. Und dann frage dich hier einmal, frage mal deine innere Welt. Was ist die eine Sache, die ich mir wünsche? Was ist die eine Sache, die ich gerne manifestieren möchte? Was fändest du so richtig, 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 richtig oba nice, wenn das in deinem Leben wäre? Vielleicht eine bestimmte Beziehung, vielleicht eine bestimmte Erfahrung, eine Reise, vielleicht ein Haus, ein Projekt, das du gerne eröffnen möchtest, ein bestimmter Betrag auf deinem Konto, was auch immer es ist. Was ist es, was du so richtig, richtig, richtig nice finden würdest? Was dich so richtig, boah, wenn das in deinem Leben ist, dann wärst du so, what? Das ist so cool. Ich kann es gar nicht glauben, so cool ist es, wo wirklich dein Herz einfach aufgehen würde vor Freude. Was ist diese eine Sache, die du gerne manifestieren möchtest? Okay, perfekt. Dann nimm jetzt diese eine Sache und dann stell dir jetzt vor, wir machen eine Reise durch die Zeit und stell dir jetzt vor, dass du siehst, wie das bereits Realität ist. Stell dir vor, es ist in einem Jahr von heute zum Beispiel und du wachst auf und das, was du gerne manifestieren wolltest vor einem Jahr, ist Realität geworden. Es ist da und es ist sogar noch viel, 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 viel besser, als du es dir damals vorgestellt hast. Und dann schau dich hier einmal um, wie das ist, wie sich das anfühlt, wie du dich anfühlst. Und dann spür hier auch mal in dich hinein, wie jetzt, wo es da ist, es für dich normal oder in Anführungsstrichen das Selbstverständlichste ist, dass es da ist, weil es ist ja jetzt da. Es ist jetzt Teil deiner Realität. Es gehört jetzt zu dir. Du hast es erschaffen. Und jetzt stell dir einmal vor, dass du dieses Gefühl, was du jetzt gerade fühlst in deinem Herzen, diese Freude darüber, diese Dankbarkeit darüber, dass das in deinem Leben ist, stell dir einmal vor, dass dein gesamtes Herz jetzt nur diese Energie ist. Stell dir vor, dein gesamtes Herz ist diese reine Energie aus Freude, aus Dankbarkeit, aus Liebe. Und dann stell dir vor, du kannst dieses Gefühl, du hast so einen Herzregler, wie auf so einem Mischpult und du kannst diesen Regler jetzt so komplett nach oben schieben und dein Herz fängt jetzt richtig an zu pochern vor Freude. Es ist so maximal an Freude, an Dankbarkeit, an Liebe für diese Erfahrung in deinem Leben und du bist so stolz auf dich, dass du das manifestiert hast. Du bist so dankbar, dass du an dich geglaubt hast und es fühlt sich so, so, so gut an. Sehr gut. Und dann stell dir vor, wie du dieses Gefühl jetzt in deinem Herzen ankerst. Stell dir vor, wie du dir erlaubst, dieses Gefühl jeden Tag zu fühlen. Wie du jeden Tag in diese Emotionen hineingehst von dieser Freude. Denn du hast es ja gerade gesehen, es ist Realität. Es ist ja schon da. Es existiert bereits in dir. Und alles, was in dir existiert, kann auch im Außen existieren. Dein Job ist es, einfach nur diese Information rauszugeben, das ist, was du möchtest, das oder etwas Besseres. Dich mit dieser Emotion zu verbinden, die du jetzt gerade fühlst, diese Dankbarkeit, diese Freude, diese innerliche, dieses innerliche Feuerwerk aus, oh, es ist einfach so, 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 so geil, dass das jetzt so ist. Das ist das Gefühl, das ist die Schwingung, die wir brauchen, das ist die Frequenz, die wir brauchen. Und das ist das, where the magic happens. Das ist das, wo die Magie im Universum passiert. Wo das Universum sagt, ah, okay, wir kriegen hier eine neue Schwingung rein. Wir haben hier eine neue Frequenz. Das ist ja spannend. Oh, und dazu direkt die Information, was das genau sein will. Alles klar, let's go. Let's make it happen. Und dein Job ist es jetzt einfach nur in diesem Vertrauen, in dieser Dankbarkeit, in diesem Einklang mit dir, mit dem, was du willst, mit dieser Schwingung, mit dem Universum. Nur schnacks, strax, wie sagt man, geradeaus, in diese Richtung zu gehen. Entscheidungen zu treffen, die dich in genau diese Richtung bringen. Auf die Zeichen zu achten, die sich plötzlich um dich herum ergeben. Auf die Menschen zu achten, die plötzlich in dein Leben kommen, die dir dabei helfen werden, genau das zu manifestieren. Es ist bereits da. Und dann wiederhole hier für dich, danke, danke, danke. Atme tief ein, tief aus. Und dann öffne deine Augen. Und das, was du jetzt gerade gemacht hast, das ist der Manifestationsprozess. Das ist das, worum es geht. Klar sagen, was du willst. Klar sagen, wie es sich anfühlt. Es fühlen, es fühlen, es fühlen. Es rausschicken. Dort sein. Und es dann auch loslassen. Und einfach in dieser Freude dein Ding machen, deinen Weg gehen. Und darauf vertrauen, dass das oder etwas Besseres in dein Leben kommt. Und ich hoffe sehr, dass du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Dass ich dich vielleicht dazu inspirieren konnte, auch nochmal hinzuschauen, wo an der einen oder anderen Stelle du vielleicht noch was loslassen kannst. Du dich dem mehr öffnen kannst, wer du wirklich bist. Das alles in dir ist. Es geht auch nicht darum, dass du irgendwie besser werden musst oder größer oder stärker oder irgendwie sowas. Nein. Es geht darum, dass du all das loslässt, was sich davon abhält bis jetzt, zu sehen, wie schöpferisch du bist, wie kraftvoll du bist. Das ist das, worum es geht. Und ja, ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich da weiter auch unterstützen kann, wenn du tiefer einsteigen möchtest. Wie gesagt, wir haben gerade im Higher Self Home das Thema Manifestationspower, wo du auch nochmal ganz viele Übungen dazu bekommst. Im Higher Self Home gibt es auch einen Deep Dive nochmal einen Monat, wo wir über die sieben universellen Gesetze gesprochen haben. Wir sind alle sieben Chakren durchgegangen und im Higher Self Home hast du auch immer die Möglichkeit, wenn du dich jetzt anmeldest, du hast Zugriff auf alle vorherigen zweieinhalb Jahre Content, die es da schon gibt. und du kannst dich jetzt wie gesagt auch zu Löwenherz anmelden, wo es um Vergebung geht und wo du wirklich da dein Herz einfach nochmal auf einer ganz tiefen Ebene befreien kannst von all diesen komischen Dingen, die wir irgendwann mal um unser Herz rum gebaut haben. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn du bei Instagram vorbeischaust, at Laura Marlina Seiler, mir deine Gedanken darlässt zu der Folge von heute. Was möchtest du manifestieren? Wie fühlt sich das an? Welche Blockade hast du am meisten vielleicht auch in dir gespürt? Wo ist es in Resonanz mit dir gegangen? Hat dir die Folge gefallen? Hat sie dir geholfen? Ich freue mich einfach von dir zu hören und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt. Du bist ein riesiges Geschenk für diese Welt. Geh deinen Weg. Lass dich nicht aufhalten. Vor allen Dingen nicht von dir selbst. Glaub an dich. Bring dein Licht in die Welt. Wir brauchen das so dringend. Wir brauchen so dringend Menschen, die an sich glauben, die bereit sind, die innere Arbeit in sich zu machen, die bereit sind, bedingungslos zu lieben. Und danke, dass du einer von diesen Menschen bist. Fühle dich von Herzen umarmt und bis nächste Woche. Rock on und Namaste. Deine Laura.